Die neue Lenkrakete in Fortnite Battle Royale wurde jetzt hinzugefügt und somit kommt die Frage auf, kann man einen Rocket Ride machen? Hier ist eure Antwort. Deswegen gibt es heute ein ganzes Video über diesen neuen Raketenwerfer. Heute war Smackling mit dabei und ich sage euch, wenn euch mein Content gefällt, dann wird euch seiner genauso gefallen. Er macht wirklich sehr hochqualitative Videos, deswegen schaut einfach mal vorbei, es lohnt sich. Wie in jedem Video habe ich mir heute wieder drei Kommentare rausgesucht, um mich nochmal persönlich bei den Zuschauern zu bedanken für die ganze Unterstützung. Möchtest du im nächsten Video vorkommen, dann lass auf jeden Fall mal einen netten Kommentar da und mit etwas Glück bist du dann dabei. The Game schreibt, hey, wieder mal ein gutes Video, bist ein nicer YouTuber. Freut mich auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für deinen lieben Kommentar. Sucht die schreibt, ich gucke dich noch nicht mal eine Woche und du hast mindestens 500k verdient. Hashtag lockeraktiv. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung und danke für dein schönes Kompliment. Grauer Flagg schreibt, hi, deine Videos sind richtig kreativ, das mag ich an dir, bleib weiter so und du bist der coolste YouTuber für mich. Freut mich auf jeden Fall, dass dir meine Kreativität gefällt und natürlich bleibe ich weiter so, wie ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo dich snipen. Hier, hier drüben. Schieff, schieff, schieff. Wo, 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 wo. Äh, Nordwesten, Nordwesten. Schieff, 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 schieff. Nordwesten, Nordwesten, da drüben. Jungs, du darfst dich so bewegen. Du darfst dich so bewegen, ey. Wie lange noch, wie lange noch? Äh, nicht mal lange, nicht mal lange. Ich schaff's noch bis dahin, glaube ich. Ja. Digga, mit welcher, mit welcher Flutgemeinschaft reist du? Äh, er, er will ich, Digga. Ja. Warte, warte, ich kann den holen, ich kann den holen. Der hat auch schon den, oder? Hat der auch schon den? Ja, 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 ja. Noch mal, noch mal, noch mal. Ne, noch mal, noch mal einen Shot gegeben, Digga. Ja, ich flieg in dieses Haus rein, Digga. Wer in den Kreis? Das war ein Wurzlager. Oh nein, nein, nein. Wir haben den Kreis mit dem Burs fahren, Alter. Nochmal, nochmal, nochmal. Hast Bock, Digga? Hi, das geht. Ich wurde, ich wurde auch geholt, Digga. Ich habe ihn im Insel. Schlag kein Go, ja? Okay, drei, zwei, eins. Ja! Ich steuer mich. Wo ist dein Job, wo ist dein Job? Äh, geradezu, Digga. Pass auf, du geh gleich hoch, ne? Ah, da hinten laufe, laufe Gegner. Snipe, 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 Snipe. Oh mein Gott, Digga. Ich bin zu bewegen, ich bin zu bewegen. Hahaha. Ich komme gleich hinterher, Digga. Ich hole die mal von hinten, Digga, warte. Entschuldige, du bist ganz schnell gemacht. Ganz schnell. Ja, ja, ja. Ich hole sie, ich hole sie, Digga. Wer in den Kreis wie ein Busfahrer? Ja! Ich habe ihn gehittet. Komm, Digga, die holst du, die holst du. Ja, 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 ja. Nein! Jawohl, Digga. Warte, ich hooker. Hier, hier habe ich einen eingenörter, Peter. Jawohl! Flieg rum, flieg rum. Guck mal, ich fliege genau in sein Gesicht jetzt. Ey, versuch mal hier das Außenreifen, Fliege. Digga. Ich versuch mal hier das... Versuch mal, bitte. Hier ist die Tür offen. Wo, wo, wo? Hier vorne, hier vorne. Hier vorne, sagt er, Digga. Ich habe einen Wendekreis wie ein Busfahrer, einen Moment. Ja, die Tür ist offen! Die Tür ist offen! Ich habe ihn gehittet. Hi! Ja, der Bruder, Digga. Du bist einer der ersten, die so geile Clips haben mit Rocket Rides und so. Ja, ja. Ich muss halt versuchen, so Multikills zu machen, Digga. Das wird. Digga, du hast deine DB auch, aber auch ernein hochgebracht. Ja, 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 ja. Ohohohohohohoho justevig. Auf, auf, auf. 3,2,1. Ich weiß nicht Er fliegt durch die Brücke Er fliegt durch die Brücke Geht an der Seite wieder raus Fliegt hoch Macht einen Wendekreis Und in den anderen rein Und das ist genug Ein ziemlich chaotisches Video meiner Meinung nach Trotzdem hat es mir extrem viel Spaß gemacht Und ich hoffe euch auch beim Zusehen Ich wollte euch mit diesem Video ein bisschen zeigen Wie man diese neue Lenkraketen benutzen kann In welchen Art und Weisen Sei es jetzt zum Drop hinschießen Oder zu einer Base Oder sei es dem Mate noch aus der hintersten Ecke Noch zu helfen Oder sei es einfach nur für den frontalen Eingriff Ich hoffe euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen Wenn ja lasst ein Like da Und aktiviert die Glocke wie gesagt Damit ihr das nächste Video in den morgen 14 Uhr Nicht mehr verpassen könnt Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag Wir sehen uns